Das ist der SK Rapid. Rapid wird also im Viertelfinale da einspielen, und zwar gegen, wird es ein Duell werden, zwei Bundesliga-Klubs, ja oder nein, gegen Hartberg. Also Rapid gegen Hartberg lautet unser erstes Viertelfinale, Michael, bitte. Dann haben wir Wiener Neustadt, die Frau Präsidentin freuen, ein Heimspiel für Wiener Neustadt. Neustadt bekommt es nicht einfach mit Red Bull Salzburg zu tun. Dann der GRK. Der Verein aus der Regionalliga darf daheim spielen. Und zwar, dem Sturm ausgeschieden müssen wir das hier kein David geben. GRK gegen Austria-Wien. Dann haben wir noch zwei Klubs. Da muss man nur wissen, wer daheim spielt. Es ist dies, der Lask. Und der Lask spielt, dankeschön, der hat eigentlich nur noch eine Mannschaft über, jawohl, SKN St. Pölten. Das sind also die vier Paarungen im Viertelfinale. Schauen Sie sich nochmals in der Übersicht an. So sehen sie also aus. Gespielt wird übrigens am 16. und 17. Februar. Rapid gegen Hartberg, Wiener Neustadt gegen Salzburg, GRK gegen die Wiener Austria und Lask gegen St. Pölten. Michael, danke vielmals. Alles Gute. Danke nochmals für den Besuch.